Herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einer neuen Folge der Berliner Rezepte und mein Gast ist heute Rainer Spiering. Er ist der Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion für Ernährung und Landwirtschaft und Sie haben in diesen Tagen die Bauern in Berlin demonstrieren sehen. Sind die in der falschen Infoblase oder die Berliner Politik? Weder noch. Also ich finde die Landwirte, das muss man erst mal sagen, haben eine ausgesprochen wirkvolle und vor allem auch friedliche Demonstration gemacht. Und da finde ich als Demokrat, das ist erst mal gut und richtig, die Landwirtschaft hat zum Ausdruck gebracht, wo ihr der Schuh brennt und das der Berliner Republik sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Und wird das irgendwelche Konsequenzen haben oder fahren die einfach frustriert wieder nach Hause? Also ich glaube, dass jede Demonstration, vor allem die Diskussionen, die stattgefunden haben, selbstverständlich, also jede Diskussion hat ihren Widerhall. Ob man das immer sofort direkt bekennt, aber es ist in den Diskussionen, in den Prozessen spielt das eine große Rolle. Man hat so das Gefühl in einigen Ländern, also in immer mehr westlichen Ländern, in den USA, in Großbritannien Brexit, in den USA Trump, in Frankreich die Gelbwesten, dass es so ein Aufbegehren gegen das staatliche Establishment gibt. Ist das sowas auch? Nein, das ist das mit Sicherheit von mir aus gesehen nicht. Aber es gibt den Druck gegen das Establishment. Ich kann das partiell auch gut nachvollziehen, weil wir geteilte Gesellschaften haben, wir haben Parallelgesellschaften, gerade auch in unserem Land, dem es ja wirtschaftlich richtig gut gibt, haben wir eben auch, ich schätze zwischen 6 und 8 Millionen Menschen, die einfach davon abgehängt sind. Und dass die aufbegehren, ist doch für mich völlig klar. Wie kommt man an die ran? Indem man irgendwie immer mehr sozusagen, kann man das finanziell lösen oder muss man das eher emotional lösen? Also ich glaube, dass Finanzen eine Rolle spielen. Aber wenn Sie die Landwirtschaft ansprechen, dann spielt, glaube ich, ein wesentlich größerer Anteil die Frage, fühle ich mich als Landwirt noch eingebettet in unsere Sozialgesellschaft. Also kriege ich die Anerkennung, die ja jedem, der selbstständig tätig ist oder auch jedem, der in irgendeiner Werkbank steht, dem zugesteht. Also ich finde, das ist wichtig, Anerkennung. Du arbeitest und du rackerst dich ab. Und ich finde, dem gehört gesellschaftliche Anerkennung. Und da ist, glaube ich, auch ein großer Teil, wo die Landwirtschaft ihre Probleme sieht, dass sie diese gesellschaftliche Anerkennung nicht erfährt. Und darum kämpft die Landwirtschaft jetzt auch. Ist das Anerkennung, gesellschaftliche Anerkennung oder ist es, also der Vorwurf aus der Landwirtschaft ist ja, und der trifft nicht nur für den Bereich Landwirtschaft zu, es sei zu einseitig in der öffentlichen Darstellung, zu einseitig in der politischen Entscheidung, zu einseitig in den Medien. Man fühlt sich da nicht wirklich wiedergeben. Deshalb nochmal die Frage nach der Infoblase. Ist das so oder empfinden die das einfach nur falsch oder richtig? Also ich kann mir nicht anmaßen zu beurteilen, was jemand empfindet, ob falsch oder richtig ist. Und deswegen sträube ich mich auch persönlich, da auch Stellung zuzunehmen. Also ich finde, wir sind alle gut beraten, wenn wir uns auf das beziehen, was wir einigermaßen vernünftig wissen können. Und da gibt es eindeutig Problemstellungen, die wir haben, an denen wir arbeiten müssen. Ich finde, Grundwasser ist ein extrem wertvolles Gut. Ich bin in vielen Ländern der Welt gewesen, wo es entweder gar keines gibt oder in extrem schlechtem Zustand ist. Und wenn wir wissen, dass unser Grundwasser nicht in einem ordentlichen Zustand ist, müssen wir handeln. Ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber da wird ja auch dann angezweifelt zum Beispiel, dass das wirklich ausreichend belegt ist. Da werden die Messwerte und so angezweifelt. Aber da will ich jetzt gar nicht drauf hinaus, sondern ich will darauf hinaus. Gibt es auch ein unterschiedliches Empfinden, je nach Thema, was Wissenschaft ist und was nicht? Ja, das ist also das, was mich umtreibt und wo ich mir auch Sorgen mache. Also wenn wir dazu übergehen, Wissenschaft und zwar in Aussagen, die belegbar sind, zu bezweifeln, dann wird es schwierig. Und ich glaube, in dem Bereich bewegen wir uns rein. Jetzt gibt es ja allerlei Forderungen von Seiten der, wie soll ich sagen, der Zivilgesellschaft, der Öffentlichkeit, der Verbraucher, nicht nur an die Bauern, sondern insgesamt an die Ernährungswirtschaft. Und die Frage ist immer, wie sicher sind die Forderungen der Verbraucher? Wie konsistent sind sie? Und vor allen Dingen, wie konsequent ist der Verbraucher dann, wenn das, was er fordert, dann auch umgesetzt wird? Ist das ein Problem? Was heißt ein Problem? Das kann man erstmal nüchtern feststellen. Es gibt von meiner Heimatuniversität eine Untersuchung zum Verbraucherverhalten. Das ist jetzt auch wissenschaftlich dokumentiert, wird ja auch viel zitiert. Und die Aussage ist klar. Wenn du mich als Verbraucher fragst, dann sage ich, ich möchte, dass das Tier, das ich dann vielleicht auf dem Teller als Steak oder wie auch immer habe, dass das ordentlich gehalten wird. Und dann fragt man mich, ja, bist du bereit dafür, einen höheren Preis zu zahlen? Dann sagt der geneigte Bürger, ja. Und dann hat man Untersuchungen an der Kasse gemacht und hat festgestellt, nein, der geneigte Bürger packt in die Kiste, wo das preiswerte Produkt ist. Also ich will damit überhaupt, weiter von entfernten Konsumenten-Bashing zu machen. Auch das steht mir nicht zu. Aber auch da rate ich dazu, allen Beteiligten nüchtern hingucken, was sind die Fakten. Der Kabarettist Hagen-Grether, der sagt dazu, wie geht man mit so einer Bevölkerung um? Also wie ist die Antwort der Politik? Sie wissen, es gibt eine gewünschte Wirklichkeit und dann gibt es aber auch noch eine wirkliche Wirklichkeit. Wie reagieren Sie darauf? Wie ist die Idee? Nun bin ich ja schon ein paar Tage älter und da haben sich die Menschen ja nicht großartig geändert in den letzten tausend Jahren. Ja, also das Wunschbild meines Lebens muss nicht unbedingt der Realität meines Lebens entstehen. Aber wie entscheiden Sie dann richtig? Also wenn der Verbraucher sagt, ich will das, aber anders handelt, das hat ja auch Auswirkungen sozusagen auf diejenigen, die ein Angebot erstellen müssen. Ja, also das, was wir als Politik machen können, sind am Ende des Tages Rahmengesetzgebungen. Also man kann mit Geld einiges ausgleichen, aber der Gesetzgeber muss tatsächlich Rahmen setzen. Und die kann er setzen im Ordnungsrecht zum Beispiel bei der Reinhaltung von Wasser, bei der Reinhaltung von Luft, dass wir dafür Sorge tragen, dass Böden in einem ordnungsgemäßen Zustand sind. Das können wir alles ordnungsrechtlich machen. Und dann ist zumindest meine Hoffnung, wenn nachvollziehbar ist, welche Schritte wir gemacht haben, und die müssen bitte immer aber auch belegbar sein, das ist der Grund, warum man das tut, dass dann der Verbraucher auch sagt, okay, die geben sich Mühe. Und vor allen Dingen, also ich glaube auch, dass so eine Handlungsweise zum Ausgleich der Interessen zwischen Landwirtschaft und Konsumenten führen kann. Am Ende ist der Verbraucher ja nicht nur Käufer, sondern ist ja auch Wähler. Ja. Und hat ja da doch einen gewissen Einfluss auch. Ich fand ganz spannend, wie sich die Politik schon getraut hat, auch bei der Bauerndemo dahin zu gehen, wohl wissend, dass das nicht wirklich nur vergnügungssteuerpflichtig ist. Wie frei ist da Politik dann bei solchen Entscheidungen? Sie sagen, den Rahmen setzen. Wenn das aber ein Rahmen ist, der sich gegen eine Mehrheit richtet, das muss man dann hinnehmen als Politik. Weil ich erinnere mich daran, es gab mehrere solcher mutigen politischen Entscheidungen in der Vergangenheit. Ihre Partei hat da nicht immer von profitiert, ehrlich gesagt. Ja, das ist die Wahrheit. Ich glaube, das ist das Los, das die SPD seit 150 Jahren trägt. Wir sind immer gegen die Mächtigen angetreten. Wir haben immer versucht, für die Menschen im Land was besser zu gestalten. Und dann kriegst du natürlich auch, gerade wenn du das machst, trittst du auch gegen Establishment an. Und das Establishment wehrt sich. Und das kriegen wir eben auch zu spüren. Aber auch das ist keine neue Erfahrung für einen Sozialdemokraten. Ja, aber langsam wird es ein bisschen dünn, der Bodensatz. Naja, das ist eigentlich der Aufruf, jetzt noch mehr Kreuz zu zeigen. Okay. Haltung ist da das Stichwort. Ist es nicht aber auch so, dass Sie ein bisschen Verantwortung abgegeben haben, gewollt oder ungewollt, an die sogenannte Zivilgesellschaft, also an sogenannte Nichtregierungsorganisationen, die immer mehr im Grunde den politischen Diskurs bestimmen. Und immer weniger die Parteien. Das kann Sie eigentlich nicht freuen. Also, ich finde, eine offene Gesellschaft braucht offene Zugänge. Und das mit den NGOs ist ja nichts Neues. Früher waren es einfach wesentlich größere und vielleicht sogar mächtigere. Ich meine Kirchen und Gewerkschaften. Ich wollte gerade sagen, die Kirche ist auch eine NGO. Das Deutsche Rote Kreuz ist eine NGO. Die Gewerkschaften sind eine NGO. Der Deutsche Bauernverband ist eine riesengroße NGO. Aber wir haben die gar nicht als NGO wahrgenommen, sondern als Teil des Systems. Aber es sind doch nie Einheiten der Regierung gewesen. Und deswegen, wenn das jetzt bunter und vielfältiger wird, habe ich da keinen Stress mit. Worauf ich finde, man achten muss, aber das musste man, finde ich, auch vor 50 Jahren schon. Lass dich nicht vereinnehmen. Sondern mach unabhängig davon, bilde dir dein Urteil und lass dich nicht treiben. Das kann man ganz gut aushalten. Okay. Wir haben erstmal vielen Dank bis hierhin. Wir haben noch immer eine Satzergänzung. Okay. Da können Sie möglichst kurz antworten, wenn Sie spontan wollen. Sie können aber auch zwei Sätze dazu sagen. Ich fange einfach mal an. Okay. An Trecker fahren liebe ich. Die wunderbare moderne Technik. Das ist das schönste Fahren der Welt. Der nächste SPD-Kanzler heißt. Olaf Scholz. Lobbyismus ist. Für mich Teil der politischen Gesellschaft. Meinen Kaffee trinke ich am liebsten mit. Milch und Zucker. Die SPD braucht mehr Wertschätzung, weil? Wir die Partei sind, die die Demokratie dieses Landes gestaltet hat. Vom Verbraucher wünsche ich? Dass er sich genauso aufgeklärt verhält, wie er gebildet wird. Der Gardasee ist für mich? Das ist schon ein Stückchen meiner eigenen Identität mittlerweile geworden. Und auch einfach ein Platz zum Ausruhen und Entspannen. Vielen Dank. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.